Übrigens geht es die ersten Kilometer nur runter. Also es war wirklich hier 600 Höhenmeter nach unten. Das ist ganz schön lange. Das hat mich gewundert und dann geht es jetzt hier in dieses Tal rein und das sieht ganz schön schön aus. Die anderen sind ja alle irgendwie vorbei gelaufen. Und da ist dann da drüben, wow, das lohnt sich doch mal hier, da ist dann das Kloster mitten im Felsen. Die machen wir von 13 bis 17 Uhr zu, habe ich gerade gelesen. So ein ordentlicher abenteuerlicher Weg hier zum Kloster. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, damit wir vor 13 Uhr da sind. Aber das klappt. Oh wow, das sieht ja klasse aus. Ja, das ist doch ein echtes Highlight, das sieht toll aus. Im Kloster selbst darf man nicht filmen, aber es ist eine sehr lohnenswerte, sehr tolle Anlage. Und jetzt geht es das ganze Tal hier hoch. Das geht jetzt ungefähr 600 Höhenmeter hoch. Und die Kirche ist leider etwas abseits vom Kloster gelegen am Kleider Zoo. Sehr schön, die kann man bis unten runter krabbeln. Und da drüben ist dann die Drücke. Das Kloster ist auch von 13 bis 17 Uhr geschlossen, das nächste auf der Strecke. Da ist dann aber eine Umleitung ausgeschildert, weil da müsste man sonst nämlich durchgehen eigentlich. Hier kommt das Wasser überall aus dem Berg raus. Nach dem ersten Bier mit schöner Aussicht geht es dann weiter durch die ganze Stadt zu unserer Unterkunft mit vielen Treppen. der Ort liegt übrigens auch 1000 Meter und Ende Oktober ist das hier morgen schon ganz schön frisch. Das ist der Ort jetzt mal von oben, das sollte ganz flach ansteigen heute Morgen. Das hat irgendwie nicht ganz hingehauen, das ist hier nämlich ganz schön steil berghoch. Was für ein Blick hier in das Talrhein, das ist ja ein Traum, das ist ja der Hammer. Da liegen die Wolken noch drin, also man darf nicht verhehlen, dass da zwei große Fabriken drin sind. Das eine ist ein Kohlekraftwerk, wohl einigermaßen stillgelegt, aber ganz sicher weiß das keiner, ob die gar nicht mehr da sind. Und rechts noch eine Chemiefabrik, das hat mich gestern da sehr doll gestunken. Aber das sieht natürlich unglaublich aus hier. Also während wir hier KI und Influencer diskutieren, gehen wir gerade durch ein wunderschönes Tal, das muss man zwischendurch mal überlegen hier. Das ist sehr, sehr schick. Also zum Gedenken an einen Unabhängigkeitskrieg gegen die Türken. Ja, und die haben hier geklemmt. Wenn du oben bist, kannst du die anderen Namen auch nennen. Ja, das ist ein riesiges Marmorbuch, sieht total beeindruckend aus. Mit einer noch beeindruckenderen Aufsicht hier. Diese wunderschönen Kapelle hier geht es jetzt rechts rum und dann geht es steilen Berg hoch bis auf 1500 Meter. Und der Weg führt in ein wunderschönes Tal hinein. Also gesehen habe ich hier noch keine Schildkröte, aber hier ist ein ganz alter Schildkrötenpanzer, der hier direkt auf dem Weg liegt. Mal ein wunderschöner Blick hier runter in so ein Tal. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht wieder raus, das ist so ein schöner Weg hier. Jetzt führt er gerade schön durch einen Wald und ist gut markiert. Also im Wesentlichen ist er durchgängig, echt super markiert und einfach wunderschön. Ein schöner Singletrail hier, man hört keine Straße, nichts anderes und jetzt Ende Oktober ist hier quasi nichts los. Also wir haben heute zwei, ein Pärchen haben wir getroffen, zwei Menschen und ansonsten bisher niemanden. Ach, echt herrlich. So, wir sind hier bei 1550 Meter und damit an der höchsten Stelle des heutigen Tages. Das ist eine unspektakuläre Stelle, also keine Aussichtsstelle oder irgend sowas. Hier kommt eine grause Glucke aus dem Boden rausgekrabbelt. Andere Pilze habe ich auch schon gesehen, aber die hier ist ungewöhnlich an dieser Stelle. Wir laufen hier ein ganz bezauberndes Frusthälchen herunter. Ganz klares, schönes, kaltes Wasser. Der GPS-Trail, der ist hier ein bisschen unscharf gewesen, müssen wir noch ein bisschen mit suchen. Aber wir haben es gefunden und jetzt gehen wir diesen herrlichen Bach hinunter. Hier kommen wir an einer alten Mühle vorbei, der Celepi-Mühle. Das ist im Sommer sicher eine schöne Poolanlage hier. Das sind jetzt so drei Kilometer vor dem Zielort etwa. So, Wasser haben wir hier gerade nicht, aber das ist eine wunderschöne Poollandschaft im Sommer, wenn hier Wasser ist. Und jetzt geht es gleich da hoch durch diese gleißende Felsenlandschaft und dann da hoch in den Ort. Die Atotzi-Quelle, sagt Komoot, aber da kommt kaum Wasser raus. Das war so ein bisschen kann man da sehen, aber eh nicht. Spar zum Abend, ja, kommt einmal hier rübergelaufen. Sehr vielen Dank. Ja, du auch nochmal, genau. Was für ein schöner Blick hier. Und da hinten, dieses helle Gebäude, das wird unser Hotel sein. Dritter Abschnitt unserer Wanderung hier. Und da ist jetzt das nächste Ziel. Ganz toller Aussichtspunkt. So, sehr beeindruckende Verrücke hier. Und hier haben wir ganz tolle Steinkunst. Hier sieht man sehr schön ausbalanciert. Ja, ganz tolles Tal. Viel hohen Mutter heute Morgen. Ah, wunderschön. Nymphasia ist das nächste Örtchen. Und im Hintergrund ist was Großes zu sehen. Nymphasia hat auch einen schönen Marktplatz, aber kein Café um halb zwölf offen. So, ein schickes Kloster hier am Ende des Weges. Ja, das ist ein ganz modernes Kloster. Also das ist frisch gebaut. Hier gibt es auch irgendwie nichts. Hier ist auch keiner. Nichts zu besichtigen. Aber sieht schön aus. Eine schöne wilde Berglandschaft hier. Toller Blick von mir. Und da oben müssen wir noch irgendwie dran vorbei. Das ist nur 500 Höhenmeter gleich. Also ich habe keine Ahnung, wie das Gebirge da hinten reißt. Aber das sieht echt groß aus und hoch aus. Toller Blick von hier. Also der Weg heute ist echt ein bisschen rauer. Aber die Landschaft ist auch wunderschön. Da oben im Berg hängt so eine ganz kleine Kapelle. Ich komme da mal hoch. Und hier unten ist eine Quelle. Das ist natürlich herrlich so zwischendurch. Also sieht schon sehr besonders aus hier oben die Kapelle. Aber rein kommt man nicht. Das ist Marguliana. Und das wird unser letzter Ort sein. Von hier aus fahren wir mit dem Taxi zum Startort zurück. Auf diesem Weg wäre noch 20 Kilometer mehr zu gehen. Aber die Zeit haben wir leider nicht. Der Weg hat mich wirklich völlig überzeugt. Sehr schön angelegte Wege. Und abwechslungsreiche Aussichten. Und tatsächlich haben wir gestern zwei Wanderer gesehen. Und heute haben wir keinen einzigen gesehen bisher. Das finde ich schon echt schräg. Aber ist natürlich schön. So fühlt man sich natürlich wohl beim Wandern. Und er ist bestens ausgeschildert. Das muss man auch sagen. Immer wieder hat man diese Schilder in verschiedenen Farben. Und ganz selten, dass man mal irgendwie einen Schritt in die falsche Richtung setzt. Sehr schön. Mal sehen, wie die Rückfahrt jetzt wird. Mal sehen, wie die Rückfahrt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nie w Jenniсли cela? Bis zum nächsten Mal. Ich COVID-19ers euch halt Move Life. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal nach.